Feierliche Eröffnung des neuen naturwissenschaftlichen Trakts der Friedrich-Ebert-Schule. Im Beisein von Lehrerkollegium, Schülern, Eltern sowie Gießens Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser konnte Schulleiter Wilhelm Galfe das neue Haus D offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zu dem 1150 Quadratmeter großen Trakt gehört auch die Schulmensa. Der Neubau war nötig geworden, nachdem am alten Gebäude erhebliche bauliche Mängel festgestellt wurden. Schulleiter Galfe zeigte während seiner Ansprache Fotoaufnahmen von den Zuständen am alten Trakt, den Abrissarbeiten und den Bau des neuen Gebäudes. Sie sehen hier, dort oben reißt es schon und es war dann wirklich schon etwas kriminell, bedenklich, bedenklich. Das waren die Türen, von denen ich gesprochen habe, wo man also noch ein halbes Jahr warten könnte, da wäre unser kleinster Schüler dann unten drunter durchgekommen. Mit zeitgemäßer Ausstattung präsentieren sich die Räumlichkeiten für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler und Lehrer können nun während des Unterrichts in Biologie, Physik und Chemie auf Whiteboards, Laptops und Beamer zurückgreifen.